Die Park 21 Arena ist Schauplatz des Aufeinandertreffens der Tabellen 5. Union Gurten mit dem 6. WSC Hertha. Die Gäste aus Wels haben ihre größten Verletzungssorgen hinter sich. Die Infiötler haben zuletzt einen Punkt aus Wolfsberg mitgebracht. Während der oberösterreichische Zentralraum unter einer Nebeldecke liegt, herrscht in Gurten perfektes Fußballwetter mit Sonnenschein. Den perfekten Start ins Match erwischen allerdings die Gäste. Es ist die 6. Spielminute. Nach einem Einwurf spielt Mario Reiter zu Manuel Hartl. Der schickt sofort David Poljanetz auf die Reise und dann genügt ein Haken und der Schuss aufs lange Eck 0 zu 1 in der 6. Minute. WSC Hertha mit der frühen Führung im Infiötler. Das freut auch den Sportdirektor der Welser und wir schauen noch einmal aus anderer Perspektive hin. Gurten ist in der Folge zwar recht bemüht, aber die Hertha macht die Räume eng. Vor allem Richtung 16er gibt es in der Mitte einfach kein Durchkommen. In Minute 21 der erste nennenswerte Torschuss herkommt von René Wirtz, Welsdölter Indiadona kann aber abwehren. Nicht immer einer Meinung die Bank von WSC Hertha und Schiedsrichter Robert Platzer. Bei Gurten fehlt es manchmal am nötigen Nachdruck. Dieser Schuss von Jakob Kreuzer einfach doch zu harmlos. Mehr ist nicht mehr los in Halbzeit 1. Die Gäste mit einer 1 zu 0 Pausenführung um 16.45 Uhr, wie die Kirchturm Uhr beweist. War es in der ersten Spielhälfte David Poljanetz, der mit seinem Führungstreffer aufgefallen ist. So ist der 32-jährige Slowene auch im Mittelpunkt der ersten Szene im zweiten Durchgang. Denn plötzlich bekommt der Mittelstürmer die rote Karte präsentiert. Was war geschehen? Hier die Auflösung. Die 23. Sebastian Zirnitzer drückt mit dem rechten Arm Poljanetz zur Seite. Dieser schiebt seinerseits Zirnitzer, der mit einem lauten Aufschrei zu Boden geht. Robert Platzer zeigt daraufhin den Welser Spieler rot. Doch schauen wir noch einmal hin und achten auf den Umparteischen. Er dreht zunächst beiden Spielern den Rücken zu. Erst als alles vorbei ist, dreht Platzer sich um. Diese rote Karte ist eigentlich nicht in Ordnung, denn was tatsächlich passiert ist, hat der Schiedsrichter nicht gesehen. Das kann man hier ganz klar erkennen. Dennoch WSC Hertha ab Minute 54 mit einem Mann weniger. Das eröffnet den Infiertlern etwas mehr Platz und Gurten vermag nun auch Druck auszuüben. Jetzt geht es im Minutentakt. Die nächste Möglichkeit hat Jakob Kreuzer. Nicht schlecht geschossen, aber Duna taucht tief hinunter und kann so den Ausgleich verhindern. Und dann hat noch einmal Wimleitner die Schussmöglichkeit, aber der Ball wird zum Korner abgefälscht. Alles nicht so schlechte Möglichkeiten. Die Top-Chance, die gibt es aber auf der anderen Seite. Simon Schneider mit einem haarstreibenden Fehler. Manuel Hartl schnappt sich den Ball, spielt heute der Wimmer aus und macht es dann zu lässig. Schneider kann den Ball an den Pfosten lenken und so bessert er seinen Fehler wieder aus. Aber ganz ehrlich, den muss Hartl machen. Das weiß der Manuel aber selbst am allerbesten. Doch auch Gurten bringt und bringt das Runde einfach nicht ins Eckige. Auch hier geht die Kugel wieder über die Latte. Minute 80. Zirnitzer bekommt für dieses Foulgelb übrigens eine von sieben gelben Karten in diesem Match. Eine rote gab es ja auch. Dieser Freistoß bringt aber nichts ein. Dafür gibt es eine Minute später den nächsten. Den schießt jetzt Harun Suleimani. Auch nicht schlecht, aber doch knapp daneben. Gurten hat die Minute 89 noch eine Kopfballchance. Aber es bleibt bei der knappen 0 zu 1 Niederlage gegen WSC Hertha. Der Gegner hat ein Tor geschossen, hat mich nicht. Also das ist die Niederlage natürlich verdient. Wir haben dann die Hertha an die Wand gespielt und es waren eigentlich nur Chancen im Minutentakt. Und da muss man einfach Tor schießen. Und das war heute, ist uns nicht gelungen. Chancen würde ich nicht sagen. Sie haben natürlich gedruckt und haben viele Bälle, lange Bälle in den 16er gebracht. Aber es waren nicht wirklich Chancen dabei. Natürlich hat der eine oder andere gefangen. Und das, was für mich einfach das Wichtigste ist, dass wir heute einmal bewiesen haben, dass auch unsere Mannschaft eine Leidenschaft und ein Kämpferherz hat, weil ja immer so wie so hingestellt werden. Wir sind nur Mannschaften, wo man viel Geld verdient, aber wo halt keine Mannschaft ist. Und ich glaube, das haben wir heute an jedem bewiesen, dass man einer für einen anderen richtig gekämpft hat.